Wenn die Schmerzen unten dann doch zu dolle sind, dann würde ich zuerst eine leichte Lockerungsübung machen, damit das nicht direkt so gereizt wird. Nehmen wir den Petziball dazu und legen uns da drauf. Kopf auf die Seite, umfassen den Ball und gehen so leicht zurück bis ganz weit hinten und wieder vor. Und je nach Schmerz, also der Schmerz ist quasi der Boss. Man bewegt sich nach rechts und links, um das ganze Gewebe zu lockern. Dann geht man wieder nach vorne, wenn das nach vorne geht und gehen weiter nach vorne. Gehen weiter nach vorne. Gehen weiter nach vorne. Bauchmuskel anspannen und machen direkt diese Übung draus. Gehen wieder zurück und alles sehr langsam und geschmeidig ausführen. Das war's mit der super Übung. Ich bedanke mich. earthquakes Twenty Raus Etwa Gäste Die Die Vielen Dank.